wunderschöne und herzlich willkommen zurück zu klicka hier okay so schwupps da wupps und bumm dann machen wir play sehr schön okay wir haben 1 1,6 25 verdient sehr schön weiter weg 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 sehr schön so gleich viel übersichtlicher unterschiedlichen bunty rilog zins ein bunter wenn das alles so klein ist, merkt man das viel mehr ok, dann machen wir hier noch ein paar 25er, gut, klingt das auch nicht so viel ach nö, oh gut, ich meine Level 2er, und das ist nicht so schade, aber trotzdem kacke warum müssen die mal sterben, diese Arschlöcher so, ähm, wir haben 3 E12 an Hero of Souls, ist das gut oder ist das nicht so gut? doch, das ist, boah, das ist 1 E6 nee, Quatsch, das ist 1 E4, ok jetzt war ich gerade komplett auf dem Holzweg hm, na gut bis zu mittlerweile kann ich hier unsere Fließermuster machen dann mach ich aber vorher, also mach ich jetzt erstmal den Bossfight mach dann bei uns mit dran eine Ascension, weil das, was man bekommt, richtet sich ja danach, was man gerade aktuell hat das heißt, das sollte man machen, wenn wir denn diese 3 oder 4 E12 haben dann bringt es halt am meisten ähm von daher machen wir das am besten so so, dann würde ich mal sagen Autoklicker, 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 Autoklicker dann klar hab ich überhaupt wieder ein Aktiv? ne, ne? doch hab ich na komm immer der überlastete Serb war hier sooo dann einmal heutigen Kampf und Fight refresh 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 today ok, der ist doch schon lange besiegt, ich bin jetzt mittlerweile schon viel weiter aber ist ok wofür ist? hä? der, 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 der 23, 22 ist schon lange weg, ich bin schon bei 23, 77 what? so, und ich jetzt mache aha aha, jetzt sagt er, es ist, es ist, es ist, äh, bekämpft sehr schön verstehe ich nicht was soll's gut dann bitte wieder weg und, äh hashtag läuft sooo einfach mal, weil es mich interessiert dann speichere ich aber vorher mal ganz kurz ich meine, jetzt haben wir ja den direkten Vergleich, ne? ähm, speichern, speichern, speichern gut ja doch, genau, speichern, alles gut so, jetzt haben wir mal den direkten Vergleich, das heißt, ich werde mal jetzt den holen, dann den holen und noch den holen dann checken wir die alle auch mal auf Level 5000 oh, das wird doch ein bisschen teuer jetzt mache ich jetzt nur 4000 und hier mache ich mal manuell so, und wenn ich jetzt, äh ok, das heißt, noch kriegt das tatsächlich eher wenig aber man merkt, wir hoffen schon extrem schnell auf sobald wir hier eine Kombos von 1000 haben, äh oder spätestens bei 10.000, äh, sind sind wir denn genau so schnell wie beim Eideln gibt's hier noch irgendeinen starken für Skill, äh, für Klicken, ne? ne, alles andere, äh, alles andere plus Skill ja also noch ist Eideln definitiv effektiver ach, sehr gut, klar, hä hä, wir haben ja hier auch Kritschern und sowas alles gar nicht drin, ist ja hier alles, haben wir gar nicht alles, äh, haben wir alles ja gar nicht gekauft, diese ganzen Upgrades von daher ist es ja derzeit gar nicht, äh, ne, vergleichbar fuck würde mich halt mal hart interessieren, ne? na gut dann importieren wir mal wieder dann senden wir und dann, äh, auf in die nächste Runde boom, Headshot sooo haben wir was für Gold, ne, ne? ne, schau eigentlich und Collect Reward boah, grad mal 4 E-11 mh ist jetzt nicht so schön viel, ne? ah, okay, okay so, wir machen mal hier ein bisschen, wir brauchen ein bisschen Cash, ein bisschen Money wir brauchen noch mehr Cash und noch mehr Money oh, eine Kiste ach, geht doch sooo, dann würde ich mal sagen gucken wir erstmal hier wegen Admin so erstmal alle auf 35 bringen ich lass mal Dokuma Wakamaru tatsächlich erstmal hier unten oder ja, doch so, dann gucken wir mal jetzt, wen haben wir noch nicht so weit die haben wir noch nicht so weit und und Alter, wer rummelt denn hier so rum, ist ja schlimm okay, das war's gut dann gucken wir mal jetzt hier dann gucken wir mal jetzt hier okay eins ist sechs eins ist sechs schießen müssen wir mal gucken wie toll das denn wird schießen müssen wir mal gucken wie toll das denn wird ach so ach so ach so ach so ich glaub ich lass das erstmal so ähm ähm gut dann gibt es bloß noch die hier unten ähm das wird auch ganz schnell teuer die wird auch ganz schön schnell teuer lass ich mal so okay sooo dann heißt es jetzt hier ähm ähm schon zu teuer wir haben Eitel und Kombo nice gefällt mir sooo so 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 jetzt hier natürlich natürlich klar ja das ist natürlich sehr schön so so dann er dann er 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 oha da können wir uns wieder was nicht leisten so das gibt es ja gar nicht sooo und dann ganz zum Schluss natürlich frost lief vorbei wir müssen auch noch die ganzen Gilds hier kaufen boom alter so dies müssen wir also mindestens 1 E16 erreichen mindestens 1 E16 ww erreichen weniger dann raste ich aber aus hier dann gibt es aber hier Hackfleisch äh Hackfleisch ne Hackfleisch gibt es dann sooo Söldner haben wir alle durch hier haben wir auch alles durch äh genau hier haben wir auch alles fertig so jetzt sind wir soweit durch mhm sehr schön richtig viel Cash kriegen wir hier mit den Kisten sehr gut äh ok ok ich hab jetzt ist es eigentlich quasi immer noch wieder neues Ascension starten immer wieder neue Ascension starten immer wieder neue Ascension starten dürfte jetzt also die nächsten Folgen immer relativ langweilig werden das heißt ich werde die Folgen auch versuchen immer möglichst kurz zu halten weil ne viel Spannendes passiert jetzt auch nicht mehr so sehr wir kommen wir versuchen halt immer nur noch pro Ascension immer höher zu kommen ganz klar äh äh ein Fisch ganz oben in der Ecke na klar ähm genau ähm wenn ich so nicht na ne wenn nicht dann raste ich aus dann gibt es hier aber dann haben wir aber irgendwas verkackt dann haben wir was richtig was verkackt hier also von daher bis dann